Kann mir jemand sagen, wie ich da nach unten eigentlich kommen soll? Ich weiß das nicht einmal mehr. Kann man da überhaupt... ...hin? Ich meine, wie springt man denn da runter? Ein Teil des LPs, welches ich verschlafen habe. Wow. Ah, ich weiß schon. Da war ja was. Ich glaube, ich muss da unten lang. Kann das sein? Oder spinne ich hier? Ein Moment. Nee, hier ist was. Hier ist ein Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich Kommander Keane. Ja, ich liebe Kommander Keane. Aber ich bin kein Nerd oder so. Ich... Ich... Was habe ich hier getan? Nein, nicht schießen. BAM! Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... BAM! Das ist doch... Key was broken, Loop's colors broken. I played Commander Keen on my old PC in 96, I think. Yeah, it was, I think, 96. And it was like someone else before said, I just got a copy from the game and that was it. Hex is around 30, yeah, and I really sound like that, right. What? Komme ich hier rüber? Achso, keine Panik. Wow, wieso schieße ich hier mal? Das ist blöd. Was sind denn das für Gesindel hier unten? Yeah, I know, but that sounds like a... I honestly think I sound like a Gollum or something like that. Something small from a huge fantasy world, something. I don't know, I just have the feeling like that. My voice probably won't change. Not even in 100 years. Come on, there are guys here and down there. Oh, there's something dangerous. Yeah, Ix is a Gollum. Yes, I'm serious. Those are my thoughts about my voice. Because I have no other explanation. What the... Thanks for dropping down there. Is there still someone here? Nah. Okay. The way is safe! What? There we go. Ix is way too beautiful to play Gollum. You never see me. You have no idea what I look like. No, I could have no hund. Pff. Both voices. Seriously, I always sound like that. Is there someone? Someone. I mean, something behind this? Yeah. And here too. Oh my god. I saw your legs in Adidas. And this is... I don't know. This is showing... My look? It just saw my feet. Yeah, Loop. He just saw my legs. In pants. And Adidas shoes. In a vlog. And now he's dreaming about that. And I forgot about... Oh my god. I just forgot about saving. Only because of you. Talking about my legs. I need one of those red thingies now. Yeah, I was... I was in... How is it called in English? And I made a vlog. About that. And... There's a... There are a few seconds where you can see my... My legs. Because I'm walking on the street. And I just... Yeah, recorded... In the moment when I looked down. And I have to focus right now. This is horrible. What? Yeah, on my YouTube. How do I get up there? No, this is horrible. Oh, Fitchan, how do I get up here? I don't know. Fitchan, how do I get up here? What can I get up here? It must have to get up here. Oh my God is very well. Oh my God! yeah such a beautiful walking step by step guess what i have two legs so i have to go step by step this is this is whoa you have to jump if the thingy here is on the edge okay this is this is not easy at all uh it's actually right on my front page it's my first vlog video the first video in the vlog playlist see i did and it's not really working i don't need that thingy see i don't i really don't need that thingy i don't need that thingy oh my god i hate those things what i just okay let's go das ist das ist das ist unglaublich das wird überschrieben langsam packt mich der frust bekomme ich hier hoch überhaupt ich brauche hier so ein ding wie kriege ich das hier nein eigentlich nicht ich streame nur ab und zu und das wird auch so bleiben weil täglich zu streamen ist eigentlich ich weiß nicht für irgendwie macht das mit mit der zeit keinen spaß mehr ja i know that i need them but it's not so easy to uh to get up there again ich weiß dass ich früher öfters gestreamt habe und ich hatte auch sag ich mal zuschauer bei cud und so aber dann habe ich ein paar sachen in meinem leben verändert und deswegen sehe ich da keinen grund zu oft zu streamen und ja das ist eigentlich der aktuelle stand der dinge oh außerdem finde ich dass ja außerdem finde ich dass das tägliche streamen wo es mehr als drei stunden lang geht ich weiß nicht ich finde das so für meine verhältnisse finde ich das ein bisschen komisch weil es zeigt ja dass man doch sehr viel zeit hat und man könnte diese zeit ein bisschen sag ich mir mal nützlicher verbringen als täglich drei stunden oder keine ahnung wie wie oft halt jetzt nur zu streamen ich weiß nicht sind meine gedanken ich halte einfach nichts von diesen sieben tage die woche du weißt schon mit den ganzen donations und so finde ich ein bisschen könnte man schon ein bisschen mehr aus seinem leben machen da kommst du hoch ja das stimmt ne ich meine ich dann ist es arbeit ne nur viel gesagt also aber es ist keine stabile sag ich mir mal arbeitsstelle es kann sein dass die viewer einfach mal einfach mal verschwinden und danach muss man halt gucken wo man ist und das ganze das das wird ja in einem lebenslauf ja nicht nicht mitverzählt ne das ist ja das ähm bam das ist ja das das sag ich mir mal das traurige daran ich meine die leute sehen es als arbeit ich meine ich ich nehme das überhaupt ich weiß nicht ich meine das überhaupt nicht böse oder so aber das ist nichts stabiles und was willst du im lebenslauf bitteschön dann eventuell in fünf jahren wenn sich die wirtschaftslage oder was für sich ändert dann in dem lebenslauf hinschreiben ja ich habe die letzten fünf jahre videospiele gespielt auf twitch ich meine wie sieht das aus you got by the way i went to the zoo to maybe i even saw you it depends i was in may there es geht ja nicht darum ob es akzeptiert wird oder nicht also das darum geht es mir überhaupt nicht aber was willst du bitte schon den lebenslauf hinschreiben das meine ich dass ich das hier das ist das ist nichts stabiles ich meine gut wenn jemand zum beispiel eine akzeptable sag ich mal zuschauer base hat und twitch sag ich mal verlangt ja eigentlich nur drei tage in der woche zu streamen mindestens die drei tage sind ja okay aber wie gesagt das ganze kann sich komplett nicht ändern und danach muss man halt gucken wo man bleibt wie die hintrollen hier wie die hintrollen hier mit anderen arbeit das wird zum beispiel nicht nicht als berufserfahrung gezählt und hier geht es auch nicht irgendwie um akzeptanz oder so sondern was willst du auf deinem lebenslauf hinschreiben diesen das ist doch kacke wie soll man hier durchkommen ich verstehe es nicht diese diese typchen kommen ja nicht hier nicht hin somit komme ich nicht an die gelbe karte wow nah nah and you won't know my real name seriously i keep the internet and my private life completely actually i'm separating those there were a lot of people who were asking me about my about my real name but sorry nah this is it has no place on the internet what 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 sodas do you mean i have no idea here here is nothing no the point is that my name is pretty rare and lately even this year i had some kind of stalker on youtube and i was glad that i didn't publish my name in any way so so seriously you have to understand it's especially for a woman it's it's not so easy on the internet and there are a lot of creeps out there out there and i don't want to have any problems i mean this guy i just was looking through all my social media that he could find on my youtube channel and here did even find on google plus a very old avatar picture of me and well it wasn't edited avatar so he couldn't actually recognize everything about me but specifically the but still i i don't want that i don't want that well nothing happened but seriously he was just like freaking out because i didn't want to tell him my my real name and i know i don't need that okay what is okay what is okay that's had i already where do i have to go where do i have to go i have to go you mean no sodas here at the beginning or what i i don't know do you mean those oh my god stop shooting please okay there we go that's single two sodas okay that's a cake that's definitely not a soda you mean those oh okay 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 also that's Hier ist das blödeste von allen. Commander-Kin Teil 2 ist doch blöd. Commander-Kin Teil 3 wird wahrscheinlich noch blöder. Dann sind alle blöd und glücklich. Nein. Ich kann es nicht mehr als ich beende gleich das Spiel. Ich kann hier nicht mehr. Es vergeht mir komplett die Lust auf alles. Warum funktioniert das nicht? Ich kann es nicht mehr als ich beende. Ich mag das nicht. Das ist wahr. Ich will nicht mehr. Auf FüChan kannst du das nicht für mich spielen. Okay, endlich. Was ist denn hier? Ich fahre hier noch nie. Ich habe Leben bekommen. Ich denke, wenn du zum Zoo bist, ist es wahrscheinlich eine ganze Zeit für den ganzen Tag. Ich glaube, das ist es erstmalig. Ja, da gibt es auch Restaurants in der Zoo, so wie ich gesagt, wenn du da bist, du brauchst die ganze Zeit. Und in März, nicht in März, in May, all those school classes had trips to the Zoo, und es war sehr full. Especially in the building inside, it was, it actually wasn't really nice, I don't know. Everywhere kids, everywhere teenagers, and it was loud, and I don't like that. I mean, if I want to see animals or something like that, I want it to be like silent or something. Ja, this spaceship is a Zoo too. There we go. Come on! Yeah, I mean, I really look like a teenager, but I'm not. I mean, if, if you, if you have seen my video, there was a, um, like, um, like a tunnel, like an underwater way. And if you imagine being there, through, I mean, in between all those kiddies, I was just like, I don't know, I was, like, rolling my eyes because it was so loud. Warum kommt der nicht raus? So? So? Ha! Ha! He's the secret. i mean i even started to feel bad for for all those animals and fishes because you know they were just yelling at and screaming at those fishes and punching against all this glass and i was just like oh my god all those poor fishies oh my god oh 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 are you kidding me it is already over, probably yes, right? no, he comes back, thank you yeah it's